Hallo, ich bin im Gart. Heute wollen wir uns ein bisschen fit halten und zwar weise ich euch ein paar Übungen, die ihr ganz einfach mit wenig Sachen machen könnt. Entweder nach der Wiese, nach dem Gart oder einfach auch zu bammeln. Der Dienst, was wir dafür brauchen, sind sechs Rollen in der Toilette. Dann Filme an, nur eine Wiese, die ihr ganz einfach mit einem Wasser ausprobieren. Dann kann das Gemüse nicht möglichst einfach sein. Und dann wird das Gemüse nicht so tun. Na eine Artscheinend, das Gemüse nicht aufschneiden ist. Sie haben die Melissa für die Stöhne nicht gewusst. Sonst machte ich mehr. Und dann packen die Pferde ihre Pflicht und ich habe das Gemüse nicht sehr gut. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020